Hallo Freunde, die Abstimmung ist beendet. Das Ergebnis blende ich jetzt ein und ich muss gestehen, ich war von dem Ergebnis erstmal überhaupt nicht begeistert. Hab mich auf Discord auch schon ein bisschen ausgekotzt. Sorry nochmal an alle, die sich, ja, die das ertragen mussten. Furchtbares Schicksal. Es gab auf Discord auch einige Hilfestellungen, was ich als nächstes tun sollte. Wie ihr seht, es gibt ein Unentschieden zwischen Surviving Mars und Jurassic World. Das Problem bei Unentschieden ist immer, wie geht man damit um? Auf Discord wurde mir empfohlen, ich soll einfach einen Würfel werfen und das Ganze quasi dem Zufall überlassen, welches Spiel dann tatsächlich zum Let's Play wird. Ein anderer Standpunkt war, ich soll eine Stichwahl machen, das heißt noch eine weitere Abstimmung, in der nur die beiden Spiele zur Auswahl stehen. Und da war ich auch ehrlich gesagt kurz davor, denn wir haben noch ein bisschen Zeit. Die Dunkelelfen sind ja immer noch dabei, ihr Ritual zu beenden, dementsprechend, ja, ich denke ein, zwei Wochen haben wir noch, bevor das neue Let's Play anfängt. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, Stichwahl ist auch irgendwie blöd, das machen wir anders. Und zwar hatte ich ursprünglich gesagt, sollte Jurassic World gewinnen. Und ich denke, ihr stimmt mir zu, Jurassic World ist auf dem ersten Platz. Teilt sich den zwar mit Surviving Mars, aber es ist auf dem ersten Platz. Ja, wenn Jurassic World gewinnt, dann tritt ein besonderes Szenario ein, und zwar es gibt ein zusätzliches Let's Play und da experimentiere ich ein bisschen. Und ich erkläre hiermit ganz offiziell Jurassic World zum Sieger. Es hat zwar genauso viele Stimmen wie Surviving Mars, aber ich habe mir die Abstimmung jeden Tag angeguckt und jeden Tag war Jurassic World auf dem ersten Platz. Es hat im Laufe der Zeit immer mehr Vorsprung eingebüßt, weil immer mehr Leute dann zu Surviving Mars gewechselt sind. Ein bisschen dafür mitverantwortlich ist natürlich der Sonntagsausflug letzte Woche, wo Surviving Mars zu sehen war. Mir ist natürlich klar, dass das ein unfairer Vorteil ist für ein Spiel in der Abstimmung, wenn es auf die Art noch Werbung erhält und die Leute dahin geführt werden. Ein anderes Spiel, was das nicht kann, hat dadurch einen Nachteil, in dem Fall Jurassic World. Und ja, die gesamte Zeit der Abstimmung war Jurassic World auf Platz 1 mit zum Teil deutlichem Abstand auf Surviving Mars. Und deshalb sage ich mir einfach, Jurassic World hat diese Abstimmung gewonnen, aber Surviving Mars wird es trotzdem geben. Und zwar habe ich jetzt im Mai relativ viel Zeit. Ich werde mich gleich die Woche jetzt an das Aufnehmen machen, werde da richtig loslegen, dass ich möglichst viele Episoden zustande kriege. Das Ziel bei Surviving Mars wird es sein, 100 Menschen auf dem Mars zu haben. Das heißt, eine Bevölkerung von 100 Menschen, die sich versorgen kann. Das heißt, wenn wir 100 Menschen auf dem Mars in verschiedenen Domkuppeln haben, spielen wir noch eine Woche, das heißt sieben Souls. Und wenn die Leute dann nicht tot sind, dann haben wir das Ziel des Spiels erreicht. Ich denke, 100 ist machbar, aber nicht so ganz einfach. Da braucht man jede Menge Infrastruktur und da muss man eine Weile spielen, um das zu erreichen. Und wie ich schon im Abstimmungsvideo erklärt habe, ich werde da ein bisschen was Neues probieren. Ich werde den Anfang des Let's Plays einigermaßen ausführlich machen, Startpositionen und erklären und hin und her. Und dann, wenn es darum geht, Ressourcen zu sammeln, warten bis die Forschung fertig ist. So ein Zeug, das werde ich arg zusammenschneiden und dann nur noch so die Höhepunkte machen. Wenn ich zum Beispiel neue Raketen anfordere, wenn die ersten Leute einziehen, wenn ich neue Domkuppeln baue und einrichte und ähnliches. Das werde ich dann auch zeigen im Let's Play. Aber diese großen Wartedurststrecken, wo mir zum Teil auch das Zeug fehlt, was ich dann noch erzählen soll, das werde ich dann rausschneiden. Das heißt, wenn alles klappt, kriegen wir ein vollwertiges Let's Play mit relativ wenigen Episoden. Und ich habe da noch ein bisschen was in der Hinterhand. Ich bin vor kurzem über einen Deal gestolpert, um Videobearbeitung ein bisschen voranzubringen. Wenn alles klappt, gibt es das dann auch mit 60 Frames und noch ein paar andere Goodies, die das neue Programm kann. Aber da muss ich mich auch noch die Woche ein bisschen einarbeiten. Deshalb drückt mal die Daumen, dass das klappt. Okay, das wäre dann das Ergebnis der Abstimmung. Ich hoffe, damit könnt ihr alle leben. Das heißt, unterm Strich, es gibt in nächster Zeit zwei neue Let's Plays. Das ist nur fair bei einem Unentschieden. Und wie gesagt, ich stehe zu meinem Wort und ich versuche das so gut wie möglich umzusetzen. Wenn es jemandem nicht passt, einfach melden. Dann schauen wir, ob wir da vielleicht doch noch was ändern können. Aber nicht einfach nur sagen, ist Mist, sondern bitte auch sagen, wie ihr euch das stattdessen vorstellt. Und wer jetzt kommt mit totaler Mist, ich will jetzt Warhammer sehen, dann tut es mir leid. Warhammer hat einfach zu wenige Stimmen erhalten. Was ich verstehen kann, irgendwann ist die Luft einfach ein bisschen raus. Aber ich bin mir sicher, dass das im Laufe des Jahres nochmal angeboten wird. Ist ja noch nicht aller Tage Abend. Okay, das heißt, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Halt dich da und steif. Ciao, Freunde.